Hier jetzt auf dem Splash 2005 gerade steht neben mir Pal One, einigen von euch bekannt, unter anderem von vielen, vielen eigenen Releases, viel Lärm, was im Internet stattfindet, Features auf dem letzten Jonesman-Album macht Kese Cash Flows, was eher ein Street-Album war, so ein Street-Tape-Album, unter anderem auch von dem aktuellen Pal Wolf ist ein aktuelles Release, da steht 12 Inch drauf, sieht so ein bisschen aus, als wenn das Maxi heißen wird, ist ja aber eine EP, wie bist du darauf gekommen? Also dieses, das ist der, die 12 Inch war wirklich nur eine Vinyl-Auflage, die ich gemacht habe, 300 Vinyl ins Pressen lassen, weil einfach nur die CD, nur die LP-CD irgendwie machen, war mir ein bisschen zu wenig und da habe ich halt gesagt, wir pressen noch 5 Tracks exklusiv auf Vinyl, packen noch einen Bonus-Song drauf und das war eigentlich der Move, weil so viel Geld hatte ich nicht, um die ganze LP auf Vinyl noch zu fressen, weil das sowas von arschteuer ist, ja und darum wollte ich halt nochmal gucken, irgendwie, dass ich es hinkriege, eine EP aus der LP nochmal zu machen und natürlich steht, das ist der 12 Inch drauf, weil ich eigentlich auch ursprünglich noch eine 12 Inch machen wollte, aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich dann wieder Instrumental und Acapella und so einen Scheiß drauf mache, dann lass uns lieber gleich 5 Songs machen, noch einen Bonus-Song, nur eine Track, dann ist es irgendwie jetzt so eine EP-LP-Sampler-Form und dann passt es auf jeden Fall. Auf dem Jones-Wann-Album, da habe ich noch von dir gehört, oder da habe ich den Eindruck gehabt, so Pal One hört auf, so das war so ein Abschiedsbrief, so jetzt war ich überrascht, dann doch Pal Wolf in Hand zu haben und zwar eigentlich bissiger als je zuvor, was ist passiert? Also ich war wirklich an dem Punkt angekommen, wo ich mir die Frage gestellt habe, wie lange machst du weiter den Musikraum noch, entweder du machst jetzt halt ganz oder du hörst auf, weil die Arbeit, diese 8 Stunden jeden Tag, die haben mich schon ziemlich in Kauf genommen, die ganze Freizeit ist da aufgegangen, du hast nicht viel Zeit gehabt, Musik zu machen, aber im Endeffekt habe ich mir jetzt gesagt, jetzt probierst du halt mal richtig so, hat auch, 2004 war absolut kein gutes Jahr für mich, privat, auch existenziell, auch in der Arbeit nicht, hat keinen Bock mehr so und wollte halt nur noch Mucke machen und dann habe ich mir halt einfach den ganzen Scheiß mal von der Seele geschrieben und das ist eigentlich das Pal Wolf Album geworden, so. Da habe ich wirklich einfach nur gedacht, so, lässt du mal alles raus, was ich die letzten Jahre so angestaut hat und dann ist es so zu der LP gekommen, aber es ist auf jeden Fall eine schwere Entscheidung gewesen, entweder weiter arbeiten zu gehen und Musik nebenher zu machen oder nur Musik, auf der anderen Seite macht es mir halt sehr viel Spaß, dass ich jetzt 100% an die Musik dranhängen kann, so und das ist cool auf jeden Fall. Lasst mich was hören! Und nach dem Scheißballon, lasst mich mal was hören! So sieht das aus, da rein! Los, 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 die wohnen hier! Kuhn noch, Kuhn noch, Kuhn noch, Kuhn noch! Die Leute, vorbei die Zeit, wir schreiten das heute. Rap ist kompetition, keine Welt von Wissen und Brotten. Der Biss, den du hast, der wird unter anderem natürlich auch deutlich in His Madness, ein Track, der, was ich vorhin sagte, im Internet auch viel Lärm verursacht hat, weil du hast, zusammen mit HipHop.de, so eine Art Wettkampf ausgeschrieben. Es geht halt darum, wer bastelt den besten Remix, das liegt den besten Instrumentateppich unter, das A Cappella. Gabriel Rote, glaube ich, war der erste Platz. Ein sehr geiles Ding, Platz 2, Joe Rilla, Platz 3, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber alles drei sehr saubere Sachen. Hast du dich gefreut über die große Resonanz? Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel starte, ich kriege vielleicht 10, 20 Remixes. Und zum Schluss waren es dann 111 Stück, ja, aus Deutschland, Schweiz, Österreich, Schweden, war dabei, Finnland war dabei. Also es haben so viele Leute wirklich geschickt. Und es war cool, auf jeden Fall. Und ich meine, es war auch viel Scheiße dabei, muss ich auch dazu sagen, ja, der klein Müllcontainer geschmissen wurde. Aber das hat mich wirklich gefreut, weil es wirklich an dem Punkt angekommen ist, wo in Deutschland wirklich viele Produzenten qualitativ auf einem hohen Level arbeiten und wo du wirklich was mit anfangen kannst. Und das hat mich auf jeden Fall gefreut. Also die Resonanz auf dem Remix Contest war sehr cool, war sehr viel zu tun. Und hat mich gefreut, so dem Sieger, herzlichen Glückwunsch, war ein gutes Ding, auf jeden Fall. Aber wie geht es weiter mit Pal One? Was erwarten die Leute jetzt? Was kommt? Ich bin jetzt gerade am Beatspicken für die nächste LP. So, lass mir Beats zusammensuchen. Und darf ich leider noch nicht verraten von wem, weil das alles noch nicht hundertprozentig ist. Aber ich bin auf jeden Fall am Beatspicken schon wieder, schon wieder am Denken, wie kann die nächste LP klingen, wie kann es so weitergehen und weiterarbeiten. Jetzt gibt es für mich kein Zurück mehr. So, jetzt habe ich den Weg begonnen zu gehen, damals noch nebenberuflich, jetzt hauptberuflich. Und jetzt sage ich, fickt euch alle so, jetzt ziehe ich mein Ding durch, wie ich es nicht mehr kann. Pal One war hier auf dem Splash 2005 zu sehen auf der MC-Bühne. Sehr gute Performance, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, da kommt noch eine Menge von diesem Zeug. Und vielen Dank, dass du hier im Interview warst. Schnell! Schnell! Es ist ein bisschen gut! Schnell! Vielen Dank.